ja hallo und herzlich willkommen zur ritterlichen mittelalter kriegskunst so ihr verteidigen agatha ritters und der basen orden ich hätte gern angreifer seite genommen und jetzt muss ich vielleicht kurz kurz was erwähnen ich habe dieses spiel vor ungefähr zwei jahren schon mal gespielt und es hat sich optisch und handling kampfkunst technisch hat es sich weiterentwickelt aber es läuft nicht so 100 prozent stabil habe ich den eindruck und wie läuft es jetzt hier man kann sich hier ist jetzt eine der vier klassen aussuchen und dann auch die waffen definieren wo zeichnen das am besten hier vielleicht und jetzt könnte ich hier auf dieser ebene das ist noch nicht freigeschaltet das könnte ich auf dieser ebene eine waffe wählen und ich finde ja das finde ich ganz gut und was habt ihr denn hier noch ich hätte noch gerne einen großen schild so und dann nehme ich mal den retter der ist langsam aber gut gepanzert ich glaube die karte bin ich oh das ist eine laufkarte da hätte ich was schnelles wählen sollen ich glaube es schreit ja schon rum ist da noch gar nichts zu schreien was ich schön finde im vergleich hier zu war of the roses es gibt hier team aufgaben also zum beispiel hier ihr seht da den rambo zur tür bringen oder zum tor bringen ich bin mir hauer 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 volle die fresse boah es hat mich gekehlt vielleicht liegt es am schlacht um hauer 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 und jetzt muss man gucken als erstes team aufgabe da oben sind boge schützen die armbrust schützen die erste aufgabe ist ich bringe den rambo zum tor und dann äh macht das tor kaputt ist klar oder komm herr und jetzt werde ich einfach schauen dass sich das teil hier weiter bewegt komm aaah au herr auf aaah los 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 ich konnte ihn stück bewegen ich glaube ich war sogar der einzige der das versucht hat weil ihr seht hier oben ist alles voller armbrust und bohren schützen auch in den fenstern und so das soll aber nicht mein problem sein ich werde jetzt versuchen die rammel da weiter vorwärts zu bewegen genau aua fuck oh fang geht das her okay armbrust schütze ich hätte vielleicht den schild hochhalten sollen das wäre glaube ich kein scheiß gewesen da hin muss ich da ist die tier das tor und dort reden müssen wir wahrscheinlich dann den königkehle also es gibt hier so teamaufgaben das finde ich eigentlich noch ganz gut weil es nicht nur ein nacktes gemetzel ist oder es gibt hier wirklich noch was zu tun außerhalb und das gefällt mir recht gut und jetzt werde ich versuchen unter der mauer lang zu laufen mit der hoffnung dass ich dann nicht mit mit äh weil im gespickt werden einmal konnte ich zuhauen mit dem rammbock genau einmal viel mehr hat es nicht gereicht aber immerhin weil das tor muss ja erstmal kaputt gehen dass wir da rein können hier sitzt ein ganz kleines bisschen gelb ist es geworden und ich glaube die rute war gar nicht so schlecht hier sind wir irgendwie in der unterzahl los macht es scheiße es wackelt schon habt ihr es gesehen es wackelt versuch uns die andere ohne überhaupt das tor aus zu brechen ich weiß es nicht hat sich doch vor angst cool so ah doch ok die anderen versuchen uns jetzt auch alles gut er kommt zu dir was passiert du musst nicht mich anbrölen sondern die blauen mensch du musst nicht mich anbrölen ja genau irgendwo so jetzt mach das tor ab und da fehlt nicht mehr viel komm so jawohl wir sind los Los! Ah, ich bin drin! Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich gekillt, oder? Nicht gut. Da sollen noch ein paar mehr kommen. Das wäre besser. So, hab ich hier? Ich glaube, ich habe ihn. Das ist ein roter, okay. Okay, 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 okay. Ach so, jetzt müssen wir da hin. Ach so. Da ist er. Der mit dem Messer. Wir müssen verkehren. Ja, ich glaube, ich habe den König gekehlt. Ja, ich glaube, ich habe den König gekehlt. Und viel Sex. Und viel Sex. Oh, den Nuri. Nicht schlecht. Mach doch mal den Scheiß weg hier. Warum haust du mich? Warum haust du mich? Was ist denn das? Oh. Oh, cool, ey. So, und hier nochmal den Mason-Orden. Und was nehme ich? Ja, äh, äh. Ja, komm, ich nehme nochmal den hier. Den Ritter. So, und Fernwaffe habe ich nicht wirklich. Sondern einen Kriegshammer. So, und, was habe ich eigentlich noch? Aha, ein Schwert. Und Schwert und Schild. Auch nicht schlecht. Was stoppen, verteidigen. Was soll ich denn stoppen? Meinen Dünschiss. Meinen Angstschiss. Komm her, Geh. Blauer Scheisser, du. Er war nix mehr. Er war schon tot. Da oben, da oben. Kommt ihr da rauf? Da hinten. Die hole ich jetzt runter. So, komm, 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 komm. Los, jetzt. Aua. Da liegt er. Da liegt er auch gut. Scheiße, ich muss mich mal kurz ein bisschen heilen hier. Ein bisschen verschnaufen. Das sind die Roten. Man sieht es auch kaum noch, wenn man so halbtot ist. Dann wechselt die Farbe in schwarz-weiße. Was bist du? Okay, du bist ein Roter. Ihr seht's. Und sobald ich mich bewege, seht ihr, dann geht der Heilbalken nicht weiter. Ich muss wirklich einen kurzen Moment stehen bleiben. Und dann fängt das an. Und dann ist es besser, man lässt es fertig laufen. Weil wenn ich mich jetzt wieder bewege, dann hört das auf. Also werde ich nicht weiter geheilt. Und unten die gelbe Leiste ist der Ausdauerbalken. Also wenn ich Spezialkombos mache, das kann man inzwischen hier. Das zeige ich euch vielleicht auch mal. Ich bin kaum zu sehen. Alja, Scheiße. Schon wieder so ein Scheißbogner. Woo. Hurry, come back me. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Break your things. Ja, das hast du gemacht. Du hast meine Digi zerbrochen. Allerdings meine Schädel-Dingi, hätte ich mal gesagt. Wo kommen die von da oben? Ach, vom Zeltlager. Okay. Aha. Okay. Dann versuche ich es mal mit dem Rämmerchen. So. Es gibt ja hier... Genau, habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte ja so diese Ausweichmöglichkeiten finden, wie ich Zeug zeigen. Oh, scheiße, du Sackesicht. Ja, ich höre ja auf. Ich höre ja auf. Ich mache doch nicht an, Scheiße. Mensch, habe ich mir da einen gehauen aus Versehen. Das ist mir schon mal passiert. Scheiße. Das habe ich mir nie mit Absicht gemacht, Mensch. Wenn ich halb tot bin, kann ich die Farbe nicht auseinanderhalten. Naja, genau. Ich wollte ja... Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich wollte ja die Finden zeigen. Das hätte ich jetzt fast wieder ver... Nein, das habe ich wieder vergessen. Ich renne einfach mal mit dem Rämmerchen hier noch. Das wandelnde Riesenschild. Äh, halt! Ich dachte, ich kann auch noch mitfahren. War wohl nix. Au, scheiße. Oh, fuck. Aber der hat auch übel was abgekriegt. Naja, der meine Sachen bricht. Breaking your things. Der hat aber auch übel was abgekriegt. Das, das ist alles. Mehr kannst du nicht schreien. Ah, Alter, geht doch. Ich glaube, den hole ich mir von der anderen Seite. Geile Geräusche manchmal. So, wo seid ihr? Ihr blauen Scheißer. Ah, scheiße, meine Arm. Meine Arm. Ah, Schmerz. Ich bin der Ritter der Kokosnuss. Oder wenigstens der Halb mit Kokosnuss. Ihr seht's da. Ich bin hier vom Baum gefallen. Scheiße. Fuck, nur eins. Hat der mitten in den Arm abgesäbelt, die Sau. Möcke. Möcke. O-Di-O-Da! Bei Odin, wenn schon. Flock. So, komm, auf. Die Schreie sind manchmal geil. So, komm, mach doch mal den Pisser alle da. Was kommt denn da? Was kommt denn da geflogen? Aua. Das wird doch nicht meine Rübe sein. Ach, scheiße. Oh, Mensch, ich will wieder mal einen Kill machen. Los. Versuchen wir's mal mit dem Hämmerchen. Mal gucken, ob das besser ist als das Schwert. Bisschen Eindruck schämen denn hier. Aua. Hör mal auf, du Arsch. Was soll denn das? Da steh ich nicht rein. Nein, nein. Jawoll, rübe ab. Super. Und genau, ich wollte ja finden und so zeigen. Warte mal, jetzt kann ich mal gucken, ob ich das hinkrieg. Komm her. Yes. Ja, komm. Was war denn das jetzt? Das Bein. Er hat mich mit so und so einer Dingsbuchsachst hat, wenn er mich gekillt. Wie so aussieht. Wie sagt man? Die Hippe. Los, lauf, lauf. Halt sie auf. Los, Ritter Stuxi weh jetzt. Halt sie auf. Oh, ich scheiße. Jetzt werde ich auf einer den Wasserfall runtergesprungen. Ja, was jetzt? Ja, kein Wunder. Ich bin ja auch laufend gekillt worden. Ihr seht, es ist 2 zu 9. Scheißrunde war das. Aber ich erreiche bald Level 1. Nein, ich habe ja schon Level 1. Ziehe ich jetzt gerade. Hey, hört mal auf. Was soll denn das Scheiß? Haut da wieder einer aus mich ein. So, hier, Meissenorden. Okay, und dann nehmen wir mal den hier. Okay. Okay, ja, finde ich auch. Wo geht's raus hier? Okay, schützen uns. Ich sollte vielleicht beide schützen, Jungs. Nicht nur eins. So, jetzt habe ich auch so einen hippen Teil. Und was habe ich denn sonst noch als Waffel? Okay, Wurf, Äxte. Nicht schlecht. Sag mal, wo ist es denn jetzt? Da. Oder? Nee, da ist auch noch eins. Das Teil muss ich wohl schützen, oder? Das ist richtig g'si. Nichts da. Hau bloß ab, du. Ja, da kannst du lange lachen, Kiel. No! No! Aua! Der ist aber viel flinker wie ich. Ich brauche eine andere Figur, glaube ich. Der war aber viel flinker. So, war Hache muss sein. Rita, Stuxi, Bärten muss sich rächen. So, hier, protect. So, so. Alter, liegt er auch schon. Das bist du wie einer. Kann ich nicht zuordnen, Kiel. Du hast keine Farbe. So, hol mir und Steh, da. Ah, ich wollte mich gerade umdrehen mit dem satten Hippenschlag. Da bekam ich was auf die Lippe. So, komm, lass mich runter. Ach so, ich habe ja gar keine Figur. Hier, rups und rups. So, okay, wir sind aber gut dabei, sehe ich. Die sind noch nicht wirklich groß angegriffen worden. Also die haben das noch nicht geschafft, hier diese Teile zu erobern. Komm her, Geh. So, ah, den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir. Der rennt nämlich nicht umsonst weg. Jawohl. Oder? Der rennt ja nicht weg, weil er gesund ist. Das ist ja der stärkste Ritter, den es ergibt. Also ich habe den ordentlich getroffen, deswegen ist er weggerannt. So, komm. Dein Kopf. Dein Kopf rollt von dannen. Für Scheiße. Ah, okay, da hinten. Jetzt haben sie die Hälfte. Ui, ui, ui. Nicht gut. Nicht gut. Lass mich mal gucken. Du hast ja den lustigen Helm. Mit einer Brille sogar. Seht ihr das? Der hat eine Brille auf. Grins. Ach, der schreit auch ausdauernder. Aua! Okay, Level 2. Gut, ranked up. So, lauf, 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 lauf. Prost, die holen sich das Teil. Ah, der macht Pause. Eine längere Pause. So, lauf, lauf, lauf. So, jetzt noch kurz einen. Bist du einer von uns, oder? Wer lacht da so dreckig? Den helfe ich mal. Jetzt dachte ich gerade, ich schlag den in den Rücken. Das wollte ich nämlich nicht. Perfekt. Ich glaube, da hat mich einer im Visier. Heilen, heilen. Oh, das geht immer ewig, bis das anfängt zu heilen. Oh, Scheiße. Das braucht einer Hilfe. Komm, lauf, los. Wo ist es? Da ist es. Bist du bald heil, ey, oder? So, okay. Und, los geht's. So, Arnie. Ah, Scheiße. Du doch, lieber Arnie. Da brennt die da. Da ist immer ein Feuer und Flamme für das Spiel. Habt ihr es gesehen, oder? Schepper, überall Rumpels und Scheppers. Jetzt ist der Tod, jetzt wo ich komm. Ja, komm jetzt. Ach, meinen Arm wieder dran, Mensch. Wie soll ich denn so meine Hilfe halten? Verdammt. Wo sind sie? Wo sind sie? Da hinten. Ah, ich hab ihn getroffen, aber er mich übler. Ja, mich viel übler erwischt. Boah, ich bin sauer. Lord Stuxibert, es ist stinkig. Aber wir haben es lang gehalten jetzt, unsere Positionen. Sehr lang. Wir drücken sie sogar zurück zu ihrem Lager. Seht ihr das? Ah, 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 halt. Scheiße, jetzt hätte ich fast den Fallen. Ab ihn, Ab ihn, oh Scheiße! Fuck! Hatsgaron! Ai, 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 hat er mich gekillt, du Sau! IONO! 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 Pass on, Lord! GAAIL! GAAIL! IONO! 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 GAAIL! 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 habe ich doch das tutorial gemacht hier kann man so viele dinge machen ich habe noch kaum was davon ausprobiert kommt zu ihr so wie soll ich den drehen wenn ich nicht Verdammt, mein Kopf ist lauf! Wechsel! Wechsel! Okay, so langsam! Hab ich dich! Die machen das schon, die drei da. Die brauchen wenig, glaub ich, aber... Du hier! Ah, scheiße! Mike! Ja, Mikey. Hast du mich gegrillt? So. Nochmal. Weiter geht's hier. Oh, was ist das? Da schießt ein Pogra auf unseren Eingang. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. Oh, was ist das? Ah! Ah! Oh! So, hab ich ihn, hab ich ihn. Ach, scheiße, Jacksack. Aber ich hab's gesehen. Also man kann hier schon mehr machen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von den Sachen, die hier gehen. Also mit dem Fuß kann man sie von sich stoßen, zum Beispiel. Und jetzt muss ich mal eine Finte, könnte ich auch mal zeigen. Was einen Schlag andeutet. Und dann gleich was anderes machen. Komm hier, mein Kärlchen. Na, das ist erst gut, der ist nicht. Ja, okay. Du hast mich auch lieb, ja, ich seh schon. Aha. Es geht weiter, aber wir haben offenbar irgendwas, was stopped the caravan. Oh, was ist das? Was ist das cooles? Ich seh ja gar nix. Ah, ich geh zurück. Ich seh grad was. Ich seh grad was. Ich seh grad was. Komm, komm, lass mich doch da, verdammt. Ich hab ne ewig Zeit. Seht ihr's? Schieß! Komm, mach das Ding kaputt. Ist das überhaupt? Das weiss ich jetzt nicht. Ich könnte mal... Pfeil, Kamera. Okay, es macht Schaden. Aber ob das jetzt gut ist, dass es Schaden macht, das weiss ich jetzt nicht. Puss! Oh, das ist das Ding. Und dann gar nicht mehr. Jawoll! Ich habe mich gefilmt. Und noch ein Checks, ich habe mich auch gefilmt. Nein, 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 nein. Hier kommt jemand. jetzt ich dachte schon ich hätte zu kurz ja noch ein bisschen höher den will ich erwischen das ist einer von unseren die dränge die schon zurück sich jetzt das sind unsere oder die Ah zu kurz! Zu kurz! Scheiße! Da ist er, da ist er, da ist er! Habe ich nichts? Nein, ich habe ihn nicht! Scheiße! Oh, den habe ich aber übel erwischt! Der hat Schüttelnähmung gekriegt! Scheiße! Das ist einer von unseren gewesen! Ja, scheiße! Da muss ich hin! Da muss ich hinschießen! Da muss ich hin! Ich seh's leider kaum! Kann man hier nicht ein bisschen zoomen? Das wäre schön! Shit! Man sieht leider kaum, wo sie überhaupt sind! Bisschen höher, hä? Tja, als wurde ich von hinten geschrätselt! Rüll' du net so rum! Machst ne Angst! So, jetzt komm! Zwei! Super gelaufen! Super gelaufen! So, jetzt komm! Okay, dann hol ich wieder hier! Of course! All right! All right! Weg, weg, weg! Lauf! Ich muss mich heilen! Ich muss mich hier heilen in die Ecke! Aber jetzt habe ich glaube ich drei gekillt! So, komm! Doch dich! Seht ihr, das ist ne Hippe! Und die könnte jetzt auch noch ein klein wenig anders aussehen! Also so ne halbmondartige Schneide unter diesem krummen Haken! So, komm! Komm! Bis dron heilet! Was ist das in der Dauer? Oh, das dauert immer ewig! Die scheiß Heilreihe! Mach hin! So! Jawoll! Jawoll! Komm runter! Ach, scheiße! Ich habe ihn fast gepeilt! Er muss übel angeschlagen sein! Der Blaue! So! Komm! 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 Wir kommen zu heilen! Ach! Jetzt ist plötzlich Ruhe! 15-15. Das ist gut. Ausgeglichen. Das hat sich ja schon verbessert hier. Bin ich schon zufriedener. So, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Tschüssi und viel Spass mit dem Rungesebel.